Bäm 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 Scheiße Bäm 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 Boah Alter mein Fühl krass Selektor so irre Los Fühl Nabe dann wird die geisel im sprung weißt du kriegst immer handy wie bitte du kriegst immer handy ich weiß das ist eine ecke weil keine chance gegen mich zu mächtig okay erst zu mächtig Ich hab gegen P250 verloren. Ich wollte die erstmal testen. Die CZZ Auto. Genau, die wollte ich jetzt mal testen. Die was kann. Gott. Da ist der Pinky below. Meine Arme, wie glaub ich, ich muss erstmal die Waffe testen. Verdammt, das ist keine Arme. Hä, wo? Ach man, scheiß der Kader. Einmal will ich sie jetzt noch testen, ich hab noch Zeit. 20 Sekunden. Wieso hab ich jetzt ne Arme? Ich will die. Oh Gott, Autosnaiper. Wieso spielen wir uns überhaupt zu lange ein, Alter? Ich weiß noch nicht. Gut lage, hey, Pfanne. So, also. Mit dabei, wie ihr seht, Lisa Möpschen, Dead Track und der alte Mann, der ein bisschen ausrascht. Ja, und ich habe, äh, was hab ich, ähm, was hat sich dir vorgeschrieben? So, wir spielen. Dann muss ich demnächst mal ne Darmstiegeln. Wir spielen Workout und wie ich würd sagen, wir gehen mal rechts außen. Und machen einen coolen Rush. Also, alter Mann, äh, die CZ darfst du nur, darfst du nur aus, äh, Nähe machen und nicht aus Entfernung. Achso, du kannst das aber. Dann geht ihm auch vor. Der hat kassiert. Alter, bei mir ruggles. Loll! Oh mein Gott, die ist voll übisch. Okay, lass die Geisel unten nehmen. Ja, bin gerade dabei. Was sind die Geisel? Ja, ich hab die doch hier. Ja, es gibt zwei. Hast du die unten oder die oben? Ich hab die unten genommen. Die liegt da auf der Treppe. Ach, Lisa ist auch da? Ja, Lisa ist auch da. Ja, Lisa ist auch da. Ich sag nichts. Ja, sie muss sich konzentrieren. Ja, sie muss sich konzentrieren. Ja, warte, warte, Lila, lass uns vor. Äh, hat die vielleicht keine Talkpower? Doch, weil bei mir in meinem Channel braucht man keine Talkpower. Achso. Warte, sei ruhig, sei ruhig. Lila, nicht vor, Lila, nicht vor. Okay, nice. What the fuck is that? Lol, kam der da noch oder hat jemand von euch oben geschossen? Können wir mal gleich. Wollen wir schon direkt kaufen? Ja, natürlich. Okay. Ich glaube, ich geb mir erstmal den Bison. Aber ich kann mir noch mal raus. Ich würd sagen, wir gehen jetzt. Mach mal außen, ich hab ne Arme. Okay, wir gehen nochmal außen. Oder links, oder rechts. Links oder rechts. Ja, geh mal links, geh mal links. Wir brauchen Basketball. Lass Danny vorkucken. Lass Danny vorkucken. Lass Danny vorkucken. Vorsicht! Leute, ist noch einer! Ja, hab ich. Ja, gut, da liegt der Arme. Mann, schade, wenn du mir nicht vorgehauen hättest. Hat von euch jemand Arme, oder? Nein, nein, nein. Ich hab die, ich hab die. Will die jemand? Ja, geh klar. Guck mal, tausch machen, hier. Moment. Jetzt hab ich die wieder aufgesammelt. Moment. So. Moment. Das ist die Bison! Äh, leucht die Bison! Moment, so da liegt der jetzt! Mein Gott, jetzt! Ich hab auch grade Kuh gedrückt. Das krack! Oh mein Gott, das ist schlecht. Ja. Zwei Stück am Ende des Ganges. Oh Lisa! Ne, angehittet! 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 Hm, soll ich mal versuchen Mitte zu picken? Jemand, oder? Ich würd sagen rechts außen, ich hab ne Flash. Dann werf ich die Flash vor und du pickst sie ein. Okay. Ich geh erst mit Awe Mitte und guck, ob da einer ist. Okay, dann flashen wir außen. Ich liebe Salat. Mitte ist nichts. Ich komm zu euch. Nein! Fuck! Ihr seht hier denn abgeprallt! So, jetzt aber. Einer von euch muss hinten gucken. Hinten! Einer nach hinten gucken? Ja. Aua! Wie geil so oben, wa? Ja, nimm die Geisel oben. Ab! Und kommt wieder zurück über Lang. Da ist einer. Alter, dann hätte ich fast auf... Wer ist denn da Stanley geschossen? Warte, ich smoke mal. Warte, bis ich noch da bin. Dann kriegen wir richtig fett Kohle. Ja, warte, 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 warte. Bis die zweite Geisel kommt. Nice. Was? Er wartet einfach. Ja. Warte, warte, warte. Ich war auch wie Dieter. Okay, du kannst reinrennen, lass. Okay, komm, wir gehen gleichzeitig, okay? Eins, zwei, drei. Ja. So. So, hin und. Egal. Ja, ich hab noch. Will jemand die M4? Ja, kann ich. Danke. Das mag ich lieber. Was denn, ich bin keine Awe? Okay, gut. Ich hab doch ne Wache. Okay, wo gehen wir dann? Ich hab doch ne M4. Achso, gut. Dann gehen wir noch mit lang, oder? Jo. Ah, gut. Ja, ne, lass bitte gehen. Ich geh mit. Okay, lass mich gehen. Weil, dann können wir die untere Geisel gleich mitnehmen. Oh Gott, nicht flaschen! Ich flasche, ich flasche, okay? Oh Gott, hab den nicht einmal getroffen. Smoke! Ich hab gesmoged. Der ist so um, der ist so um. Nein, ich bin schon ganz schön fest! Ist weg, ja, klar. Soll ich die zweite Geisel auch noch mitnehmen? Hm... Ne. Haben wir einfach. Nicht? Ja, brauchen wir ja. Warte, silent, 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 gelb. Ja, ja. Ne, ich bin nicht gelb. Cool, ich hole mir jetzt die andere. Ja, hol sie einfach. Kannst du ruhig machen. Ach, ne, warte noch kurz. Komm, über. Ich geh mit her. Das geht am schnellsten. Oh, das wird... Ne, doch nicht. Lol, der... Nicht alle töten am besten. Äh, ich bin jetzt doch doch. Ich bin doch. Ich bin doch. Na gelassen! Oh Gott, jetzt ist alles klar. Reicht, Alter, das funktioniert voll gut. Also, entweder wir sind oder unsere Gegner sind nur scheiße. Ja, die Gegner sind scheiße. Ja, wir haben es, wir haben Lisa und... äh... du bist nur nicht gelangt. Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal ganz links über Basketball. Ja. Let's give it to them boys. Okay, dann würde ich vorauswählen, weil ich hab jeder ne Flash. Hm. Ich würde antäuschend, würde Mitte smoken. Okay. Laying down smoke. Deploying flashbang. Ach komm! Der ist geflasht gewesen. Da kommt einer. Deploying flashbang. Ach komm! Der hat den Neckabay. Okay, da konnte ich da... da war natürlich mein Magazin schneller leer als eins. Läufe! Nein, vorsicht! Erwartete dort der Tripp. Leis! Yes! I will befreien! Ein gutes Team. Muss man einfach einmal sagen. Wen niemand... Ich glaube, niemand will, oder? Was? Nein. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Komm, 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 komm! Hier, wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ich habe die Flasche verloren. Ihr seid ihr zuhört. Decoy! Achtung, die Flasche! Flasche! Das ist einer! Warte, soll ich nochmal flaschen? Ne, ich mach mal eine Grenade. Alle weg. Nicht flaschen. Okay. Ich habe geflasht. Maa! Maaann! Mir hat Danny nicht aufregend. Geh einer oben, einer unten. Ich geh unten. Ich geh oben. Keine los. Nicht töten, wenn ihr einen seht. Genau. Nein! Sorry! Wir schaffen es doch! Ich bin ja gestorben. Los, wir raus! Nein, das geht nicht! Okay, Danny, du kriegst ein Teamkill. Nein! Nein! Juli! Aus! Komm! Tschüss! Wo gehen wir hin? Geh mal hier dann. Geh mal mit. Okay, wir gehen mit. Okay, wir gehen mit. Okay, der Smoke geht durch die Wand. Auf jeden Fall. Okay, die kommt über Basketball. Ja, noch die Geisel unten holen. Mhm. Vorsicht, hinter dir! Ich hab einen Krieg gemacht. Ich bin stolz auf mich. Ich mach grad gar nichts. Ich hab auch einen Krieg gemacht. Ich bin noch mal stolz auf mich. Ich hab mich gut, dass du noch angekriegst. Warte, wer ist denn? Warte vor uns, du bist schneller als wir! Ja! Wann ich reingehen? Zusammen! Zusammen! Okay. Und jump! Cool, die Ahnung ist wunderbar. Äh, darf Schnitzel rein oder nicht? Äh, ist auch leise. Ich auch, ich hab ihm nichts gegen. Ja, mach nur. Schnitzel ist ein gutes Schnitzel. Ich mag Schnitzel. Das geht wohl jetzt? Ja, jetzt gehen wir mal Basketballfeld. Oh, ja, Mann. Let's go! Oh, Muffin bitte wieder raus. Oh, Muffin bitte wieder raus. Oh, Muffin. Muffin. Ich wollt's grad machen. Muffin. Hey. Grenade, halt! Hier ist niemand. Flaschbein. Flaschbein. Oh, ist noch ein Flaschflasch? Alles cool. Cool. Deploying Flaschbein. Du Sau. Das war meiner. Sorry. Okay, einer wieder oben, einer wieder unten. Ja. Da oben. Weck der, weg der Geisel. Warte. Warte, 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 warte. Bis er kommt. Lauf nach hinten. Lauf nach hinten. Kommt jetzt rein. Kommt jetzt rein. Kommt jetzt rein. Jetzt. Ah, die war leer. Schön. Einer kommt die Treppe hoch. Ne, doch nicht. Einer ist hier noch. Ja, einer ist bei euch gleich rechts unten. Bis rechts unten. Der ist wahrscheinlich wieder hier rechts in die Ecke. Siehst du den? Grün? Ja. Oh Gott. Alter. Holst du hier noch die andere Geisel? Wegen Geld? Ne, wenn blau macht. Ja, blau machen. Ich sicher spawn. Okay, wir gehen überall lang. Also ich zumindest. Okay, spawn ist klar. User join your channel. Okay. Ja. Der Schnitzel hat volles Problem. Was hat er das Problem? Der, der, sein Herz ist voll so. Und dann erst der Jasmin zu retten. Das ist Ausgaben. Horst Sie auf Terroristen. Wenns die Terroristen gewinnen! Schau. Ja, Herr, bestimmt. Oh, da war er. Wir sind genug, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz links. Guck mal, der Bächter hat 3,7. Oh mein Gott, ich bin besser als der Beste aus von denen. Oh mein Gott, ich bin besser als der Beste aus von denen. Oh nein! du bist sogar dritter bei uns also sagt mir sehen durch 42 ist eigentlich noch was der 42 hat 7 1 ich habe nicht vieles gemacht ich habe eigentlich mehr geile gerettet ist niemand ich kann die fleisch von mir war richtig geil richtig prägt das war die beste ich muss das sie links um die ecke hier auch ich kenne weil jetzt ist und zu kurzem wenn wir es gerade wiederum ich bin direkt um die ecke das ganz hinten wenn ihr dort lang geht links da das ist der der Lisa versuchen Leute, er ist hier mit uns. Von hinten. Von hinten noch. Der ist... Ja, er kommt, kommt, kommt. Achtung, er kommt rechts. Alter, Lisa, was geht ab? Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder rechts. Oder wir gehen Mitte. Mitte ist tauchig. Warum? Weil es rauschlich weggeht. Wie er sich anbietet. Lass mal komplett mittel gehen, also hier durch dieses... Mitte halt. Ja, wo war ich falsch mit? Rechts ist gesmoked. Okay, warte, ich flasche jetzt, wenn wir da lang kommen würden. Ja. Gut. Hatte das Web kein Mie. Ah, gut. Was hattest du? Webcam-Truppe. Uff, der ist tot, oder? Der ist tot. Mami. Da ist eine, da ist eine, der ist ein... Der ist recht im Neckriff. Nice. Geisel befreien. Geisel befreien. Loh, der ist hier! Wie? Nice. Ich komm, meine kann jetzt noch geben. Du kriegst auch noch Punkte dafür. Hier einfach mal jeder immer meine Kesse anstaubt. Ich hab hier schon sechs Assists. Ja, ich würd' sagen, wir gehen über rechts. Ich mag Kekse. Mach ich mir ab? Schnetzel? Hä? Ja, das war ich vorhin, sorry. Schnetzel, bist du der Zuschauer? Ja. Wir führen 10, ah ja, 10-0. Warte, ich flasche. Grün, warte. Schau weg. Warte, du. Boah, du Arschloch, ich spiel' hier die A, wo dich du. Jetzt krieg' ich keine Kills mehr. Loh! Oh Gott, ich hab mich grad voll von der Quatsch, hat irgendeine Kraft gelenkt oder was. Scheiße. Ähm. Ja. Ja. Mach' das! Du bist einfach krass. Sag' zu. Meine Welt ist so. Högt dir auch zu, ja. Ich bleib' einfach weiter. Ja, die Hatsache zu gehen. Ja, okay. Was denn, ne schöne Geräusche sind bei der Fall, felle? Naja, sein Hatsache ist kaputt. Ach. Ja, ich muss den zwei hatschern... Das klingt wie so ein Dino, der gerade stirbt. Ähm. Ja Ach scheiße, wir haben keine Kapazität mehr für einen Mitspieler, ne? Das sind zwei Stück, einer kann nicht mehr Leute, bei mir brauchst du richtig krass daneben Nice Hol den anderen Waffe an mit dem letzten Safe, okay? Lügel, habt ihr eine Aufnahme? Ja Okay Pff, ich glaub der hat sich selber geflasht Für Sicherheit, dass du eine Granate hast Was? Will der mich verarschen? Oh mein Gott, das war die erste Runde, die die gewonnen haben Ja, egal Ich hab jetzt ja sauf Okay, wir gehen wieder über links Über rechts sind wir gerade alle abgekackt Basketball würd ich sagen, oder? Ja, Basketball Oh, ich bin wieder vorm Alten Da war verdient Da war verdient Nein, sieben Assists, hard, dead track Dead track Sieben Assists Ich hab die Kills schon die, die ich vielleicht ein paar davon geholt Verstehen wir alle gemeinsam durch Alter, ja Alter, deine Flächen so klasse Hä, was? Ich hab voll in den Sitzen gelandet Die war auch geil, oder? Die war aber auch zu nice Schön weich in meinem Gesicht Oh Gott! Die war von mir, sorry Was ist euer höchster Rank? Der, 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 der Vorsicht von hinten, einer Euer höchster Rank, sind da 2? Ich Die ist der 2 Yhhhh Also, C B 2, ja Ja, klar! Der, wie der Alter, der hat doch locker an, ey Der kommt um die Eck Ich bin direkt tot Der hat direkt in meine Richtung geguckt Ja, wo ist er denn schon geguckt? Ja, wo ist er denn schon geguckt? Ja, wo ist er denn wissen, dass ich da stehe? Äh, man aimt immer stand das Bots-Up Ach stimmt da gar nicht Danny DeFuse Wo bist du denn gestanden? Danny Danny DeFuse vor allem. Ja nicht Diffuse geht sondern Geisel-Rettungs-Kit. Ja ne Geisel-Rettungs-Kit. ok wo jetzt sagt es hat ja eben schon gesagt. Ich kann mir das nicht leisten Alter ich hab 2.000 aber äh Daibera wo bist du dann gestanden? äh direkt neben der Lääh nicht gar nicht, direkt glaub ich einfach keine Ahnung wo irgendwo in den Türen halt war. Alter wer jetzt flasht ne? ja ich flasch jetzt Flaschbein Ich war, das war ich nicht. Wirklich. Was? Komm schon, Alkohol nicht mitnehmen! Oh nein! Oh, danke! Hier, diesmal muss ich noch was anderes vergehen, wo die gleiche Seite ist. Nose. Erstmal Nose-Koch geben. Ach, so ein Geisel hinter... Oh. Warte! Doch, der kommt von... Scheiße. Irgend so ein China... Die hat uns gekillt. Die DeadPack macht das. Ah, das war mir nichts. Das ist okay. What the fuck? Was hat der für ein Ping? Äh, der ein Ping. Oh, Gott, der ein Ping. Oh. Äh, Ping was? Wo Ping? Äh, Lisa kann ich mir eine Arme kaufen. Hm, wenn ich geh... Soll ich dir eine kaufen? Äh, Lisa hat ein bisschen viel Geld, weißt? Cool. Danke! Let's move out! Danke, Meri-Malt! Oh. Oh, fuck. Oh. Eine Taste hat zu viel gedrückt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck! Okay, ihr linkt die von da oben ab. Oh, fuck! Und jetzt... Oh, my god, rennen! Die ge... Die pushen euch. Okay, ich gehe jetzt von hinten die Geise. Bis auf... Opa-Action angesagt. Nein! Haha, nice! Boah, Danny, du bist... ...Kill-Up-Stiler. Was waren da gerade oben? Also, bei mir wurden locker... ...10 Fragezeichen da oben gerade angezeigt. Ich würde sagen, Nummer über rechts. Okay, ich gehe wieder Mitte. Da will kill, da will kill, da will kill. Ich muss die ganze Aufmerksamkeit auf euch lenken und dann hole ich mir wieder die Geißen. War wirklich falsch. Ich bin tot! Nein, da ist einer hier! Alter, schön. Ich hätte eine LMG, sei vorzustellen. Also, irgendein Ding ist man nicht. M249 hat er noch. Ich muss jetzt wieder mit drei Leuten. Hä? Ich weiße, du hast die Garten, ich gebe nicht keine Chance, du hast eine M4. Sicher? Außer wenn er die kleinen hätte gesehen. Beispiel wie der? Heißt du? Der kam von rechts hin. Da dachte ich, ihr werdet noch alle am Leben. Aber da habe ich mich geirrt. Egal. Ah, macht der wix. Alles cool. Das war meine... Wir müssen jetzt nur... ...5 Runden gewinnen. Und? Nein, das habe ich mir die Falsche gekauft! Und bitte, da jetzt der Heiko nicht dabei ist, wir müssen einfach nur die Geißeln bekämpfen. Ich weiß nicht, ob ich die tippe nicht. Warum was soll der Heiko machen? Der Heiko? Durchwaschen zum Spawn. Genauso mit Lina. Ich mach hier links außen. Okay, ist in der Mitte, 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 Mitte. Ich habe alle angehettet, alle angehettet. Ach, scheiße, ey. Der ist da immer noch, der kommt. Der kommt 2, 2, noch einer. Ach, schade. Was geht jetzt mit dem ab, Alter, amet andere? die angemachte Dörr bei nix besser geworden es soll die Glied zu heißen Kopenhagen Kürz Richtig auch ob sie kriegt Karpfen mit kaum jetzt nicht gerade mehr hat sich in der zweiten Runde in den Punkt er ist er stand also der im eigentlichen aber ich bin nicht für Juli ist nicht Stimmer Mitte Alter LOL Nein Gott, macht nichts Nice, Lisa Alter, Spielerabgang Boah auch auch ab ab es ist die Verhältnisse in der Schule wir hatten zwei Echos selbst 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 können 3 oder können wir nicht gleich die Gälder liebt Läuft. Kevlar? AK? Ja, sonst nix. Wir müssen jetzt, sonst kriegen wir noch eine Runde. Wie viel steht? 13,5 oder so? 11,6. Für uns. Pass auf, Risky Action mit dem Opa. Hehehe. Noch eine Mitte. Wieso? Das ist doch so eine Arbe. Nein. Wo ist eine Arbe? Habe ich hier, die liegt doch bei dem Kasten. In der Thron, hallo? Okay, das war's. Alter. Was ist denn los, ey? Geht vor, auf einmal. Alle in Mitte. Ne, nicht alle in Mitte. Einer Rushdie rushen. Wieso rushen wir jetzt? Wieso rushen wir? Soll ich mitkommen oder musst du's alleine machen? Soll ich von den rushen? Nein, Danny, Danny, du kannst von ganz rechts rushen. Von ganz rechts, da kommt die nicht. Also hier, Cyber, du passt einfach hier auf. Okay. Beim Brunnen und so. Und ich rush die jetzt. Mitte ist nichts. Einer. Hier, Cyber, nice. Ist ja, hat er eine Waffe droppen lassen. Ja, was? Ich? Oh, dead, dead. Und ich muss klettern. Tschau, aber nicht. Einer ist in die Mitte in die Turnhalle gerannt. Nee. Er ist, er, er ist, er ist. Ja. Perfekt. Nice. Juhu. ja hat doch geklappt jetzt einfach mal zu A.H.O.G. ich bin ja alle gut A.H.O.G. macht jeder neb, den machst du mit TTT? Mal gucken Gnötze? Nein Ich bin, ich bin, okay, essen, bin dann nachher wieder drin Ah! Mit Wilf soll es alles gehen Ich wollte, glaub ich, CSGO oder E-Wolf spielen Alle wollen jetzt dieses E-Wolf spielen. Ich weiß auch nicht, wie er ist. Doch, eigentlich ganz cool, aber trotzdem. Ich schiebe einen Flashbang. Ich bin durch die Wand Feuer. Ich bin Auge, ich bin sie. Ich bin aber nicht nett. Und ich habe es gemacht. Okay, zwei Stück von Sand und Wolf. Dann geh links da rein, nein, geh links, 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 links. Warte am besten bis hier, bis sie da rein. Und komm dann von hinten. Du kannst noch weiter. Warte, der kommt. Bei mir. Der kommt. Nicht schießen, nicht schießen jetzt. Oh, ey, Alter, war das gerade kacke. Oh, ich habe eine neue Rumpen geschafft. Tote Hirte. Wir haben zwei Pots. Ja, komm, das werden wir jetzt wohl schaffen. Ja, ups. 13,7. Los, los, los. Ich schiebe einen Flashbang. Ich schiebe einen Grenade. Ich schiebe einen Flashbang. Ja, geh zurück, geh zurück. Ich schiebe einen Flashbang. Das war nicht so mit mir, Kollege. Oh, Gott. Ein HP. Mach das. Mit einem HP. Mit Ansage. Rechts, rechts. Hey. Dammit. Okay, du bist tot. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Ah, ha, ha, ha. Du hast gesagt, ich mache schon wieder ein Assist. Ihr hast gesagt, ich mache schon wieder ein Assist. Ein Assist. Zweistellig schon. Ein Assist, Alter. Leulich bin auf dem vorletzten Platz abgerutscht. Oh, ha, ha. Ich danke für die Hilfe. Zwei sendet. Warte, fanden, was ist da passiert? Ja, wir sind einfach alle besser wie du. Jetzt hol dich noch Lisa auf und dann... Ja, aber echt, Alter. Bei Lisa ist das schafft, ey. Okay, Basketball ist links. Doch, die kommen alle über Basketball. In einer Mitte wahrscheinlich, bei Lisa. Okay, dann geh ich wieder nach der Geisel kommen. Du hast wieder den E-Most. Warte, ich flash, äh... Oh mein Gott, ist die... Double-Taktik. Ich smoke. Dann zieh ich besser, wenn die durchkommen. Ich stehe damit, äh, ich stehe einer. Lisa, bleib death, bleib death. Okay, nicht schlimm. Da ist einer, einer ist da. Er denkt, ich bin geflasht. Verdammt, wieso lade ich noch? Ich bin dumm. Ach. Nice. Puh. Ach, scheiße. 96 hab ich den gemacht. Okay, gut. Oh, shit. Okay. Okay, zwei Leute. Noch eins. Er kommt, er kommt. Er ist da, er guckt grad. Was wird's machen mit einem HP, alter. Hätte ich... Ich hätte nicht gucken sollen. Leute, er hat einen Ace gemacht. Äh, alter Mann kann ich mehr legen. Cyber? Cyber! Ja, ist ja gut, meine Schwester nervt mich grad. Ach so, Entschuldigung. Ja, jetzt ist die Kaufzeit auch vorbei. Ach so, Entschuldigung. Ja, jetzt ist die Kaufzeit auch vorbei. Ach so, Entschuldigung. Sag mal, das ist jetzt die ganze Zeit cyber 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 cyber. Der Marea, der Computerte über Basketball าน habe ich doch nicht geho野. Die Scheiße, du hast mir weh getan. Mann. male In 이게 Eine ganz 간단! existed! Garde! No, die drei Leute sind dahinter. wenn die einmal rauskommen dann holt ihr die alle weg natürlich einer ist so leicht und juli gucken gucken da ist einer auch und weg mit hier furchtbar ist in den die schüler nein nein ich ich will nur die schilder haben also es sei jetzt brauche ich mir nichts legen ok das letzte runde war ok ich kaufe erstmal eine zeuskopf wut wen habe ich gemessen ich danke sorry eeeh it was not with the absicht du hast ordentlich extra warum er die flash gerade geworfen hat premium danke dir freich warum er die flash geworfen hat die kommen alle wieder über basketball basketball die flash ist reklamierter als letzter kauf achso doch unser einer der kommt jetzt in die ecke alter hat der lange da rumgestanden und ich hab den trotzdem nicht getroffen ne ah das ist jetzt hehehe hm der flug durch ist uns leicht da war noch äh mit drin ist noch hey der ficker ok warte ich zeus denn jetzt hier noch nie mit der zeus gespielt 67 und da warte ich bin ja oder tier ich bin Wer spielst du jetzt? Ich muss gleich essen gehen. Ich muss gleich essen gehen. Juri, wie lange musst du essen? Eine halbe Stunde. Ich muss eine halbe Stunde essen. Wie war's mit dem MB2-Spiel? Ja gut, ich würde erst mal sagen, das war's mit dieser Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!